Allzeit beste Laune trifft hier auf echtes Durchhaltevermögen. Und das braucht man bei Morlock Motors. Mitunter eimerweise. Wer in diesem Job bestehen will, muss Eier haben. Richtig zubereitet à la Chef. Eier müssen natürlich so sein, dass sie nicht total verbrannt sind und dass da genug griechisches Olivenöl dabei ist.